Hallo und herzlich willkommen, liebe Meuchelmordfreunde. So, wir helfen denen nur noch schnell, zack. Na, mit denen können wir es leider noch nicht aufnehmen. Ich habe mir auch mal eine Kiste markiert. So. Ich weiß nicht, soll ich das vielleicht ohne zu kommentieren spielen? Ich weiß es nicht. Könnte man ja machen. Normalerweise. Aber, ähm, meine gibt es ja auch YouTuber, die spielen einfach nur, die haben einfach nur, äh, nehmen einfach nur auf, machen Folgen, spielen einfach nur ohne. So, dass man, äh, das dann auch so machen kann. So. 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 Ach, hacken kann man das auch. Oh, okay. Dead King's Zyron. sehr interessant also was haben wir denn jetzt so eins hier erinnerung der tempel die voraussetzung okay 25.000 kommen wir kaufen erst mal das hier aber ganz schön stolze preise also muss ich ehrlich mal sagen stein schlosspistole was haben wir hier arnohlspistole doch 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 Ja, wenn wir da nachgehen, könnten wir eigentlich und wir da nachgehen, könnten wir da nachgehen, könnten wir da nachgehen. Ja, wenn wir da nachgehen, könnten wir da nachgehen, könnten wir da nachgehen. Ja, wenn wir da nachgehen, könnten wir da nachgehen, könnten wir da nachgehen. Ja, wenn wir da nachgehen, könnten wir da nachgehen. Ja, beide haben wir noch zwei. Ja, beide haben wir da nachgehen. 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 Die Augen auf dem Moskau. Okay. Hm. das kunst der kunst hier ob man das schon abkommt Oh, Alter. Was machst du da? Habt ihr das gesehen? Ihr kam einfach rein und... Hilfe! Hilfe! Ich wurde bestohlen! Bestohlen! Wo ist die Garde? Das ist doch... Geht? 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 Oh, Kim. Ah, 244 Truhen. 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 So, ah, 244 Truhen. 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 So, ah, 244 Truhen. 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 Ah, 244 Truhen.